Ja, ich drehe jetzt mal ein Rundchen, so, dann fahren wir in der Regel hier rein, von Leinbachstraße hoch, dritte Abfahrt, eins, zwei, und dann geht es hier raus, in das Regeweg, ja, schöner Fußgängerüberweg, hier ist 50 erlaubt, und hier müssen wir über den blöden Radweg gehen, weil ansonsten ist das hier zu eng. Wird hier gerne die Gefahrenbremsung gemacht, aber erst nach dem Gebäude hier, weil die Füße hier gestört, und dann heißt es hinten, wo diese rote Schranke ist, bitte einmal rückwärts reinfahren. Ja. Es wird verlangt, dass wir, wenn wir rückwärts reingefahren sind, einen Meter Abstand neben dem Zaun, dass wir da stehen. Ja, nicht einfach reinfahren, es wird verlangt, dass wir gerade parallel neben dem Zaun sind, beim Herrn Schütz, alle anderen nicht. Ja. Fahre jetzt nochmal rein, genau, umkehren. Genau, und wir dann reinkommen, und parallel zum Zaun stehen. So sollte das Ergebnis sein, ruhig komplett reinfahren. Genau, ein Meter Abstand, passt, wenn es nicht passt, kann man gerne korrigieren, vor und wieder zurück, so dass wir daneben sind. Und dann geht es jetzt wieder zurück. Genau, und die Brettern hier mit 60 runter, da muss man richtig gut gucken, ansonsten was rein und hier geht. Da kommt ja der nächste, der die Übung jetzt machen will, nämlich. Ja, das war's so erstmal von hier aus.